Die Kluft zwischen denen und denen wird immer größer. In unserer heutigen Folge Politbarometer to go fragen wir uns, welche Auswirkungen das für unsere Gesellschaft hat und auch für unser politisches System. 10% sagen zu Beginn des Jahres 2024, meine wirtschaftliche Lage ist schlecht. Was konkret jeder einzelne Befragte des ZDF Politbarometers damit meint, ist natürlich subjektiv. Aber man könnte durchaus daraus lesen, dass jeder zehnte Bürger in Deutschland beim Blick aufs Konto oder ins Portemonnaie Sorgen hat. Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass es objektiv gesehen sogar doppelt so viele Menschen sind. 2022 waren bei uns in Deutschland mehr als 17 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Da sind mehr als 20%. Dazu gehören etwa Menschen, die weniger als 60% des Durchschnittseinkommens verdienen. Mehr als 5 Millionen Menschen davon waren finanziell sehr stark eingeschränkt. Das heißt, sie haben wirklich Schwierigkeiten, die Miete zu zahlen, Heizkosten aufzubringen oder einmal im Monat ins Restaurant zu gehen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Betroffenen stark angestiegen. Die vielen Krisen der vergangenen Jahre, Pandemie, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation, ihr wisst es, haben zu steigenden Energiekosten geführt. Mieten und Lebensmittelpreise sind enorm angestiegen. Das bekommen alle zu spüren. Und immer mehr Menschen tragen ihren Unmut auf die Straße. In unserem Sozialstaat trägt die steuerzahlende Mehrheit einen Großteil der Belastungen. Wie gerecht sind diese Belastungen verteilt? Wie seht ihr das? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, lasst uns darüber ein bisschen diskutieren, aber bitte immer fair und sachlich. Für die Ärmeren können die Belastungen sogar existenzbedrohend wirken. Während der Pandemie mussten viele Menschen, die ohnehin weniger verdienen, vorübergehend auch noch in Kurzarbeit, haben zum Teil nur noch 60 Prozent ihres Einkommens verdient. Und was mich besonders betroffen macht, immer mehr Kinder sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Nämlich jedes vierte Kind. Damit liegt Deutschland knapp unterhalb des EU-Schnitts. Außerdem sind insbesondere Arbeitslose, Minijobber, Frauen, Alleinerziehende, Migranten, Singles und Menschen mit niedrigeren Schulabschlüssen von Armut betroffen. Die Mehrheit der Deutschen bewertet laut ZDF Politbarometer die eigene wirtschaftliche Lage nach wie vor als gut. Die Langzeitbeobachtung zeigt aber, es sind immer weniger Menschen in Deutschland, die ihre wirtschaftliche Situation als gut bezeichnen. In Ostdeutschland übrigens genauso wie in Westdeutschland. Dieser Wert war zu Beginn der Pandemie auf Rekordhoch seit der Wiedervereinigung und ging dann immer weiter runter. In Bremen und Sachsen-Anhalt ist die Armutsgefährdungsquote am höchsten. Hier liegt sie bei fast 20 Prozent, gefolgt von Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Besonders niedrig ist sie dagegen in Bayern und in Baden-Württemberg. Arme Menschen werden bei uns in Deutschland also immer ärmer. Gerade in den vergangenen 20 Jahren ist zu beobachten, dass immer mehr Menschen im Niedriglohnsektor arbeiten. Deren zugleich auf der anderen Seite immer mehr Menschen vergleichsweise viel Geld verdienen. Reiche immer reicher werden. Die Schere zwischen Arm und Reich wird also immer größer. Immer mehr Menschen verdienen immer mehr Geld in Deutschland. Das geht aus den Steuerzahlen hervor. Die aktuellste Zahl des Statistischen Bundesamts dazu stammt von 2019. Damals haben mehr als 27.000 Menschen in Deutschland über eine Million Euro im Jahr verdient. Also als Einkommen. Die meisten von ihnen sind Unternehmer. Jeder Fünfte verdient aber auch tatsächlich so viel Geld in einem Angestelltenverhältnis. Die gute Nachricht für diese Einkommensmillionäre ist, sie können deutlich mehr behalten als noch in den 1980er Jahren. Damals wurde der Spitzensteuersatz gesenkt. Die Politik kommt diesem Teil der Gesellschaft also ganz schön entgegen. Wie das in der Praxis aussehen kann, könnt ihr euch übrigens in einer ZDF-Dokumentation anschauen, die ist oben auf dem i hier verlinkt. Wer wie viele Millionen verdient oder dadurch reich ist bzw. reich wird, das wissen wir genau. Das ist statistisch gut erfassbar. Was wir allerdings nicht genau wissen, ist das genaue Millionen oder gar Milliardenvermögen der Superreichen. Also Besitz wie Immobilien, Kapitalvermögen, Unternehmensanteile. Es gibt keine verlässlichen Zahlen darüber, wer in Deutschland Dagobert-Dak-mäßig in seinem Tresor baden gehen kann. Weil es seit 1997 keine Vermögensteuer mehr gibt, wird das steuerlich nicht mehr erfasst. Schätzungen des Netzwerks Steuergerechtigkeit gehen aber davon aus, dass wenige Superreiche ein unfassbar großes Vermögen von rund 1.400 Milliarden oder 1,4 Billionen Euro auf sich vereinen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung geht davon aus, dass dem reichsten Prozent der Bevölkerung zusammen rund 35 Prozent des Gesamtvermögens von allen, also von uns allen gehört. Kurz gesagt, einem Hundertstel gehört ein Drittel, während Sechshundertstel nicht wissen, wie sie heizen sollen. Da sieht man, wie extrem die Verhältnisse auseinandergehen können. Die Mehrheit der Befragten des ZDF-Politbarometer sieht sogar eine Ungerechtigkeit. Auf die Frage, ob es in Deutschland sozial gerecht zugeht, antworten im vergangenen September 63 Prozent, es gehe ungerecht bis sehr ungerecht zu. Und wo es gefühlt ungerecht zugeht, entsteht naturgemäß Konfliktpotenzial. Mehr als drei Viertel der Befragten des Politbarometer empfanden Konflikte zwischen Arm und Reich bei uns in Deutschland als stark oder sogar sehr stark. Fast alle Anhänger der Linken und mehr als 80 Prozent der Anhänger der Grünen und der SPD empfanden das so. Von den Anhängern der FDP waren nur 66 Prozent dieser Meinung. Das sind Werte vom Juni 2023. Wie hat sich diese Wahrnehmung in den vergangenen Jahren verändert? Andrea Wolf von der Forschungsgruppe Wahlen. Diese Frage stellen wir schon ziemlich lange, also seit Beginn der 2000er Jahre ungefähr. Und es war bisher immer so, also auch bei allen zurückliegenden Umfragen, dass dieser Konflikt zwischen Arm und Reich als derjenige wahrgenommen wurde, der am stärksten ist. Dann folgt immer dieser Konflikt deutsche Ausländer. Danach folgt Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und dann erst kommt West-Ost und dann kommt Jung-Alt und dann kommt Männer-Frauen. Also das ist immer die gleiche Reihenfolge. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat in einer aktuellen Studie untersucht, inwiefern diese wachsende Ungleichheit Auswirkungen auf uns alle, nämlich auf unsere Demokratie hat. Und Spoiler, ihr könnt es euch vorstellen, es sind keine positiven Auswirkungen. Ein wichtiger Knackpunkt ist die sogenannte Teilhabe. Wer schon länger arm ist oder sogar in Armut aufwächst, muss auf vieles verzichten, Abstriche machen, ist unzufrieden, sorgt sich um seine Gesundheit, fühlt sich oft einfach abgehängt, weniger anerkannt oder wertgeschätzt. Die Wissenschaftler der Hans-Böckler-Stiftung haben herausgefunden, jeder vierte von Armut betroffene Mensch habe das Gefühl, andere schauten auf sie oder auf ihn herab. Wohingegen fast die Hälfte der Reichen meinte, andere schauten zu ihnen hinauf. Wer sich gering geschätzt fühlt, kann sich der Studie zufolge von der Gesellschaft entfremden. Und auch vom politischen System. Und das Vertrauen in die Institutionen dieses Systems schwindet. So zeigt die Studie beispielsweise, fast die Hälfte der dauerhaft von Armut betroffenen Menschen hat nur geringes Vertrauen in den Bundestag. Fast 60 Prozent vertrauen unseren Politikern und Parteien allgemein nicht wirklich. Jeder fünfte dauerhaft Arme misstraut der Polizei. Das ist auch eine Frage, die im Politbarometer regelmäßig gestellt wird. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Demokratie bei uns? Und nun misst es nicht die Staatsform, sondern es misst das Funktionieren der Demokratie. Also wie ist der Output? Bin ich zufrieden, so wie das bei uns abläuft? Und da können wir schon feststellen, dass diese Zufriedenheit mit der Demokratie zurückgeht. Wir sind so in einer Umbruchphase und diese Umbruchphase, die macht vielen einfach Angst. Vor der Zukunft vielleicht auch Verlustängste, was jetzt so den eigenen wirtschaftlichen Rahmen anbelangt. Und das ist so die Basis dafür, dass wir sowohl, was die Zufriedenheit mit der Demokratie anbelangt, sehen, dass es rückläufig ist, als auch, was die Zufriedenheit mit der Bundesregierung anbelangt. Ja, wir haben am Anfang schon mal kurz drüber gesprochen. Die Krisen, die die Weltlage und auch die politische und wirtschaftliche Situation bei uns in Deutschland beherrschen, wirken sich besonders auf die ärmeren Teile unserer Bevölkerung aus. Was macht die Politik, um hier dagegen zu steuern? Auf den ersten Blick hat die Ampelregierung in ihrer Regierungszeit einiges auf den Weg gebracht, was genau dieser Bevölkerungsgruppe zugute kommt. Es wurden Entlastungspakete geschnürt, der Mindestlohn und die Minijobgrenze erhöht, die Gaspreisbremse eingeführt und die Kindergrundsicherung beschlossen. Hartz IV in das sogenannte Bürgergeld umgewandelt, das Wohngeld erhöht, Heizkostenzuschüsse gewährt. Das ist alles auf der Haben-Seite zu vermerken. Aber wie kommt die Sozialpolitik einer SPD-geführten Regierung an? Die sogenannte Parteikompetenz für die Themen Sozialpolitik und soziale Gerechtigkeit sehen die Befragten des Politbarometers traditionell eigentlich bei der SPD. Rund um die letzte Bundestagswahl haben die Wähler der Partei in dieser Hinsicht auch voll vertraut. Aber seitdem gehen die Werte der SPD in diesen Bereichen zurück. Gerade im Bereich Sozialpolitik holt die Union stark auf und nimmt der SPD sozusagen das S für Soziales ab. Woran liegt das, Andrea Wolf? Ich glaube, es liegt an zwei Punkten. Das eine ist, dass die Regierung es nicht schafft, diese Maßnahmen, die sie durchgeführt hat, ausreichend gut zu kommunizieren. Das hat sicherlich verschiedene Gründe, warum das nicht so rüberkommt, sage ich jetzt mal. Und das andere ist, dass das alles überlagert wird durch diese Krisen, von denen wir erst gesprochen haben. Und in solchen Zeiten, wo die Ängste so da sind, die Ängste auch vor einer Veränderung, weil man weiß, man hatte jetzt viele Jahrzehnte, wo es einem wirtschaftlich gut ging, wo wir in Frieden gelebt haben. Und das alles scheint ja jetzt irgendwie Risse zu kriegen. Und da sind diese Ängste einfach viel stärker, dass ich da jetzt irgendwie was verliere und dass ich eben unzufrieden bin, auch über dieses Erscheinungsbild der Regierung. Weil das, was rüberkommt, im Gegensatz zu vielleicht vielen Maßnahmen, die positiv getroffen wurden, ist einfach der Streit und die Zerstrittenheit innerhalb der Bundesregierung. Und das überlagert diese Maßnahmen im Einzelnen viel stärker. Und das führt ja eher dazu, dass ich im Zweifelsfall dann auch mal Protestparteien wähle, weil diese Unzufriedenheit so da ist. Und darunter leidet natürlich auch die SPD. Und darunter leidet auch die Kompetenzzuschreibung an sie in diesen sozialen Bereichen. Ja, während der rote Part in der Ampel eigentlich für das Soziale steht, ist in den Augen vieler der grüne Part der Ampelregierung auf den Klimaschutz spezialisiert. In dieser Folge hier oben auf dem i haben wir euch im vergangenen Jahr mal aufgedröselt, warum viele Wähler befürchten, dass grüne Politik ihnen zu teuer wird. Stichwort sogenannter Heizhammer. Und kurz darauf haben wir uns in einer weiteren Folge die gelbe Lampe, also die FDP, angeschaut. Die Kernklientel der FDP, aka der Porsche-Partei. Selbstständige, leitende Angestellte. Machen die Liberalen eine Politik für die Besserverdiener? Tatsächlich ist FDP-Wirtschaftsminister Lindner gegen Steuererhöhungen, insbesondere für Superreiche. Wer in Deutschland rund 278.000 Euro oder mehr im Jahr verdient, fällt in den höchsten Einkommensteuersatz von 45 Prozent. Führende Ökonomen plädieren dafür, den zu erhöhen, um so die Gesellschaft zu entlasten. Das sieht die FDP anders. Was meint ihr denn? Welche Partei setzt sich eurer Meinung nach am meisten für die sozial Schwachen ein? Schreibt's gerne unten in die Kommentare. Und wie sieht es in der Opposition aus? Gibt es Parteien, die die Ungleichheit in der Gesellschaft und damit eine Gefährdung der Demokratie aufhalten können? Seit dem Wahldebakel wollte sich die Union eigentlich künftig zunehmend über die Sozialpolitik profitieren. Das Bürgergeld würde sie allerdings am liebsten wieder abschaffen. Die Linke ist als soziale Partei bekannt, befindet sich aber aktuell eher in einem Selbstfindungsprozess. Sarah Wagenknecht will mit ihrer neuen Partei künftig Wählerpotenzial abschöpfen in diesem Bereich. Und wie steht die AfD zu Sozialpolitik und sozialer Gerechtigkeit? Die AfD wird häufig von Wählern aus den unteren Einkommensschichten gewählt. Aber vielleicht liegt hier ein Missverständnis vor. Ein Blick ins Grundsatzprogramm und auch in verschiedene Wahlprogramme der AfD zeigen tendenziell eher eine Politik für Besserverdiener. Man setzt sich gegen Steuererhöhungen ein. Gegen die Vermögensteuer, aber für stärkere Einschnitte bei Sozialleistungen. So war die AfD etwa gegen die Erhöhung des Mindestlohns und will Langzeitarbeitslose zur Bürgerarbeit zwingen. Das Jahr 2024 wird ein Superwahljahr. Im Juni stehen die Europawahlen an und im Herbst die Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern. Es bleibt spannend, ob und inwiefern wir dann die Auswirkungen von all dem spüren, was wir uns gerade näher angeschaut haben. Es wird sicherlich eine große Rolle spielen. Die Frage ist, was denkt ihr denn? Nehmt ihr eine wachsende Schere, die Kluft zwischen Arm und Reich bei uns in Deutschland war? Und befürchtet ihr auch, dass Ungleichheit die Demokratie gefährden kann? Wenn ihr noch weiterschauen wollt, dann findet ihr hier ein Video unserer Reihe Politbarometer to go, in dem wir uns mit den unterschiedlichen Demokratieverständnissen in West- und Ostdeutschland befassen. Schaut da gerne mal rein. Und darunter landet ihr bei der Playlist mit allen weiteren Folgen, die hier in unserer Reihe bereits entstanden sind. Gerne reinschauen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.